Der Weg aquimporte den 52. �말! Ja, ich will mal so sagen. Ich geb den nie gerne her, das sag ich ganz ehrlich. Naja, ich will mal so sagen, ich geb ihn nicht gerne her, sag ich ganz ehrlich. Wenn Sie mal schauen wollen, hier innen ist alles tipptopp dort oben, Flüssigkeit nachgefüllt. Schön, Bremsen neu. Torgang, Kiema, Angalke? Ja, meistens. Gut. Das hier neue Gummi ist alles neu gemacht, fein gemacht, alles fein. 50.000? 50.000. Vielleicht. Naja. Zigarette? Na klar. Spätestens dann kriegst du für 30.000, glaube ich, das ist erstmal klar. Naja, kein Problem mit Kunden zu finden für 30.000, ne? Bloß, äh, das ist die tipptopp dort, ne? Ja. Torgang! Der Gurt ist defekt. Das nähe ich Ihnen noch an. Das sind Kleinigkeiten. Das ist klar, das ist klar. Deshalb ist der Preis. Ich weiß ja auch nie, was Ihre Frau, wenn Sie eine, Sie haben ja sicher eine verehrteste. Sie will ja wegen Kierenbarn hier. Was ist ja wegen der Kinder, haben Sie natürlich ja tipptopp. Wenn Sie mal schauen wollen, auch im Urlaub. Wenn Sie ja machen, Feinsabstags ewig ist. Zigarette? Wie viel Steine? Danke. Na bitte. Na, machen wir das nicht, haben wir 80.000? Naja. Haben wir 90 Riesen? Wollen wir. Zigarette? Danke. Das muss nicht sein. Bei uns gibt's alles. Neue und Gebrauchte. Aber Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache. Deshalb Gebrauchte nur vom Fachmann. Gebrauchte. Ja. Bis zum nächsten Mal.